Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in der War of In unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir finden können und erkunden und dann War of In und hier haben wir das Achievement, ihr gehört hier nicht hin. Und für dieses müssen wir folgendes machen, lasst euch von den Wachen aus der Stadt der Fäden werfen. Und dazu befinde ich mich hier einmal in der Stadt der Fäden und wenn wir da einmal reinklicken, bin ich hier auf den Koordinaten 5319 und hier wollen wir uns jetzt einmal aus der Stadt werfen lassen. Und dazu müssen wir einen Mob angreifen, hier diese Stadtwache und die pullen wir jetzt einfach mal und lassen uns ein bisschen verdreschen von der. Wir müssen nämlich einen Debuff kriegen und zwar, ja, da haben wir einen Debuff und jetzt müsste so ein Vernichter noch dazukommen, der hier. Ah, da hinten haben wir nochmal einen Vernichter, ja. Und der müsste jetzt auch nochmal was hochstacken auf mir. Ah, hier haben wir es. Wir müssen bloß gucken, dass wir die nicht töten, ne. Also die müssen quasi ihre Stacks auf mir draufhauen, dass ich dementsprechend hier rausgekegelt werde. Wir haben jetzt hier vier Stacks. Bei zehn werden wir rausgeschmissen. Also heißt Wache pullen und die Wache, die lässt dann diese Vernichterin, der Surikai oder wie das heißt, spawnen. Ihr müsst halt gucken, dass ihr überlebt, ne. Also, dass ihr euch irgendwie ein bisschen gegenhaltet. Wenn ihr einen Tanki in Schar habt, dann ist es ein bisschen einfacher. Die Gegner auf keinen Fall töten. So, jetzt ist der Stack quasi auf zehn hochgegangen und wir werden einmal rausgekegelt. Wir schmeißen uns jetzt quasi hier einmal raus. Und damit haben wir auch das Achievement, ihr gehört hier nicht hin. Ich glaube, die Schwierigkeit ist fast eher, dass man die Gegner nicht versehentlich tötet, ne, bevor die einen rauskegeln. Jetzt sind wir hier eingesponnen. Das müssen wir entfernen. Und ja, das war es mit dem kleinen Achievement. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ich zeige euch nochmal hier auf der Map, ne. Wir waren quasi da in diesem Bazar und einfach die Wache pullen und danach sich von dem anderen Hof stecken lassen. Juti, sollten jetzt noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.